Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von satonline.ch Wir freuen uns, Ihnen heute das langersehnte Präsident Trendy3-CB-Handfunk-Gerät-Unboxing-Video vorstellen zu dürfen. Dann beginnen wir mit der Verpackung auf. Es darf natürlich niemand fehlen, der Präsident Sticker, der bei den meisten Präsidenten-Geräten dabei ist, für Präsident Fans. Dann haben wir hier zwei Anleitungen. Verschiedensprachig. Ein Gürtelclip, damit man das Funkgerät am Gürtel unterwegs befestigen kann. Ein Ladeadapter mit Ladeanzeige in Form einer LED. Das Netzteil ist also 12V 0,5A. Das finde ich persönlich ein tolles Zubehör. Das ist ein sogenanntes KFZ-Adapter. Den kann man auch unten am Funkgerät einstecken. Dann hat es hier einen Zigaretten-Anzünder-Anschluss. Und ganz wichtig, einen Anschluss. Eine sogenannte PL-Buchse für eine externe CB-Funk-Antenne. Auch hier hat es eine Kontroll-Leuchtdiode. Ein kleines Zubehör. Wir kennen es meistens von dem Mikrofon im CW-Funk. Hier kann man einfach diese Klemmen im Auto drin. Z.B. befestigen, die Schrauben sind auch dabei. Und die zusätzliche Glassicherung hat es auch noch dabei. Als Ersatzteil. Da kann man das im Auto dann am Armaturenbrett oder wo auch immer befestigen, damit man das Funkgerät aufhängen kann. Und jetzt kommen wir zum Gerät selber. Man schaltet es trotzdem noch ganz kurz ein. Aber ganz wichtig bei allen Funkgeräten. Man muss immer vor dem Einschalten die Antennen montieren. Es ist also ein Standard-TNC-Anschluss bei der Antenne. So. Jetzt schalten wir das mal einschalten. Das Gerät ist natürlich nicht geladen. Darum zeigt es hier den Akkustand schwach an. Aber es reicht für die Demo schnell. Wir haben hier Test-Anzeige. Oder auch genannt Santiago Frequenz-Anzeige. Kanal-Anzeige. Hier kann man die Kanäle wechseln. Dann haben wir hier auf der Seite das Quälschchen aufeinander runter. Also Plus und Minus. Wenn ich es wegnehme, reduzieren, dann hört man es rauschen. Das ist später die Taste. Und hier haben wir Anschlüsse für ein externes Mikrofon. Kopfhörer. Und das wäre der super starke Lithium-Ionen-Akku. Gut. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und im nächsten Video würden wir dann unsere ersten Funkverbindungen mit dem Präsident Randy III probieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.